Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog. Wie man sieht bin ich in einem Hafen. Und wo ich genau bin, zähle ich euch gleich nach dem Intro. Ich bin hier im Hafen von Rijeka und das ist in Kroatien. Ich laufe hier gerade an so einem fetten Schiff vorbei, leckt mich am Arsch, ist das groß. Wahrscheinlich so ein kleines Privatding, nehme ich mal an. Und ich laufe jetzt einfach mal drauf los und gucke mal wo es mich hin verschlägt. Gute Stunde wollte ich machen, dann kann ich heute Abend wieder ein bisschen Lumpen essen und trinken, versteht sich. Bis gleich. Ja, hier in Rijeka gibt es nicht nur die großen Schiffe, sondern auch die kleinen Kütterchen. Da bin ich jetzt gerade und guck mal wo ich noch hinkomme. Was mache ich in Rijeka? Gut, das ist natürlich einfach zu beantworten. Ich bin hier im Urlaub und wir bringen meine nächsten Tage mal hier, gucken wie oft ich laufen gehe. Ich hoffe oft, aber wie das halt so im Urlaub ist, steckt man nicht so drin, ne? Ich bin hier im Hafen von Rijeka. Ich weiß nicht, ob es hier weit geht, aber ich kann ja hin und her laufen oder dann umdrehen und woanders rum. Ich guck mal. Schön ist es hier jetzt gerade nicht unbedingt nach dem riesen Monsterschiff, das ich gerade gesehen hatte. Aber wenigstens frei zum Laufen hier alles. Ich bin jetzt am Ende des Piers angekommen. Hier hinten arbeitet man noch. Ich bin ungefähr 20 Minuten her gelaufen. Das ist hier der Rundblick. Ganz schön hier, ne? Ja, da hinten ist es noch ein bisschen Hafengebiet. Aber wenn man hier rüber kommt, da ist es dann recht nett. Da sieht man das Meer. Ja, ich bin 20 Minuten her gelaufen. Jetzt wieder 20 Minuten zurück. Bedeutet 40 Minuten und dann guck ich nochmal wo ich irgendwo lande, dann habe ich meine Stunde voll. Das ist gut. Ja, ich lauf mal weiter. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ich lauf hier auf der Mauer des Piers. Unten ist die Straße. Hier oben ist so eine schmale Mauer, so anderthalb Meter breit. Und oberhalb des Meeres, glaube ich, ist wieder zurück. Alles cool hier eigentlich. Gerade. Wetter ist super. Ist klar, Kroatien, ne? Und die Leute, mit denen ich hier unterwegs bin, Pujan und Thorsten, die pennen noch. Sehr klar. Die pufen und schlafen den Rausch aus. Hätte ich auch gekonnt. War ein bisschen länger gestern. Aber ich würde laufen gehen. So, da bin ich. Zack. Jetzt bin ich wieder aus dem Hafen raus. Muss jetzt durch die Stadt noch ein bisschen laufen. Und dann bin ich gleich da, eine Stunde gleich hinter mir. Alles cool. Aber ich will ja meine Leute nicht so lange warten lassen. Ist ja klar. Es geht wieder weiter im Urlaub. Also, wir sehen uns gleich, wenn ich wieder an meiner Residenz angekommen bin. So, ich bin jetzt angekommen. So ein paar Stufen hochklettern. Und dann bin ich gleich daheim. Sozusagen. Also, auch wenn ihr im Urlaub seid, runter vom Sofa. Sport machen. Ganz wichtig. Also, hier bin ich. Cheerio bis Sophie. Bis zum nächsten Sportblog.